Uh, was geht, Glück auf, ich bewege mich, keine Sorge, ich bewege mich, ich mach mal meine Hand weg, schöner Ring. Glück auf, sagt der Strecke, 2020, irgendwie komischer Start direkt hier, mal wieder echt Hummel. Tja, er redet mal so, heute Schalke, Union Berlin, ich gucke mal, kann man irgendwo Dach sehen, wie es auf ist? So, es ist halbwegs drauf, kann man so ein bisschen sehen, ja, und ich, ja, man merkt, ich bin schon hier etwas geschwitzt, aber es ist eine gute Nachricht, es ist wie viel kühler als vor zwei Wochen gegen den, gegen Borussia Mönchengladbach, schaffe ich ja sowieso nicht, aber es war schön zu sehen, es ist auf jeden Fall bewölkt, also ja, Schalke, Union Berlin, zum zweiten Mal mit Zuschauern, wenn man abgesehen hat, ja, vor vor zwei Jahren, aber ich hoffe, dass wir heute ein tolles Spiel werden, und ja, wir sind euch drin, abonnieren nicht vergessen, die Glocke nicht aktivieren, vergesst nicht zu aktivieren, und das Wichtigste vorweg, liken, und euren Freunden, Kollegen, Verwandten, oder auch Bar-Grupper-Fans zu schicken, und ich würde mal sagen, wir sind gleich in der Arena, wir sind euch, wir sind glücklich,